In diesem Video schauen wir uns an, wie wir an der FRITZ!Box einen USB-Speicher, zum Beispiel eine USB-Festplatte oder einen USB-Stick einsetzen können und am PC dann die Software Acronis True Image einsetzen, um genau auf dieses USB-Medium ein Backup zu machen. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel von mehreren Geräten im Netzwerk auf eine einzige Festplatte das Backup machen kann und ich also für meine ganzen Geräte im Heimnetz im Grunde nur eine Platte brauche. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir aber erst mal am PC ein bisschen Vorarbeit leisten. Dazu habe ich jetzt mein Medium einmal reingesteckt. In meinem Fall ist es ein USB-Stick, könnte aber bei euch genauso eine USB-Platte sein. Das Vorgehen ist dasselbe. Wir sehen den USB-Stick jetzt hier unter dem Buchstaben E und der ist noch nicht formatiert. Die FRITZ!Box kommt aktuell, soweit ich weiß, nicht mit dem XFAT-Format zurecht, deshalb muss ich hier einmal auf Formatieren gehen und ich würde tatsächlich sagen, dass der NTFS bekommt. Wir probieren das mal aus, ich nenne das mal Backup und klicke mal auf Start. Klar, jetzt wird alles gelöscht, was auf dem Stick ist und jetzt ist er nicht in der Lage zu formatieren. Ja, das ist schön, dass wir das gleich mal im Video kriegen, dann kann man auch gleich schauen, wie wir den Fehler beheben. Dazu muss man jetzt in die Datenträgerverwaltung und heißt hier Systemsteuerung, heißt hier Control Panel im Englischen. So, ich bin etwas überfordert, weil ständig bei Windows 10 irgendwas da geändert wird. Ich glaube Administration gibt es auch noch, genau. Die Windows Administrative Tools, da wollen wir hin, genau. Also das wäre der Pfad gewesen, System and Security, hier oben sieht man es nochmal. Und hier die Administrative Tools, genau. Dann landen wir hier und da gibt es das Computer Management, das wird auf jeden Fall gehen. Ich starte es schon mal. Es gibt aber auch nochmal einen einzelnen Punkt der Datenträgerverwaltung oder hier heißt es Disk Management. Ach, ich verstehe es immer nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben hier das Disk Management in der Computerverwaltung gefunden. Hier ist unser Stick, der ist unallocated, da ist also noch kein Volume drauf erzeugt. Deshalb stellen wir da jetzt ein einfaches Volume drauf, klicken den Dialog eigentlich einfach nur durch und hier ist schon NTFS eingestellt. Das Ganze nenne ich jetzt einfach einmal Backup und sag Next und Finish. Und jetzt sollte der als E da auch vernünftig stehen. Warum er jetzt vorhin Probleme hatte, das zu formatieren, ist wieder so ein Windows Mysterium. Okay, er hat sich hier unter F angemeldet, soll uns auch nicht weiter stellen. So, dann haben wir die erste Vorarbeit gemacht, nämlich unser Medium ins richtige Format gebracht. Jetzt können wir auf der Fritzbox weitermachen. Wenn ihr euch dann angemeldet habt, gibt es bei Heimnetz den Punkt USB und Speicher. Hier sieht man, dass halt die Fritzbox intern nicht viel Speicher zur Verfügung hat. Deshalb ist also so ein Medium oder so ein USB Medium auf jeden Fall angesagt. Hier unten muss angehakt sein, Zugriff über ein Netzlaufwerk, SMB aktiv. Je nachdem, das weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, eigentlich müssten wir den Haken nicht setzen müssen. Das wäre schade, wenn wir den setzen müssten, denn die Fritzbox kann mittlerweile SMB, V2 und 3. Wir gehen aber auch gleichzeitig mal unter System Fritzbox Benutzer und legen uns jetzt genau für diesen Zweck einfachen Benutzer an. Ne, mache ich nicht. Jetzt nehme ich erstmal den USB Stick und stecke den in die Fritzbox. Einfach deshalb, weil ich dann jetzt beim Benutzer anlegen sagen kann, auf welchen Stick der Zugriff bekommen kann, der Benutzer. So, der Stick ist drin. Ich gehe spaßeshalber nochmal auf Heimnetz, USB und Speicher und hier wird er jetzt auch angezeigt. Gut, er wird gerade eingebunden. Das kann scheinbar einen Moment dauern. So, hat er eingebunden. NTFS ist erkannt und auch die Größe ist korrekt erkannt. Okay, dann würde ich doch mal sagen, dass hier der Haken jetzt auch noch passt. Wir gehen jetzt also wieder zurück zu System Fritzbox Benutzer und legen jetzt einen neuen Benutzer an. Ich kann den jetzt zum Beispiel Acronis nennen und natürlich ein sehr sicheres Passwort. Den Zugang aus dem Internet muss ich dem nicht erlauben, sondern hier unten nur den Haken setzen bei Zugang zu NAS Inhalten und hier klicke ich jetzt auf Verzeichnis hinzufügen. Und ich wähle hier gerne Verzeichnis aus. Hier ist jetzt zum Beispiel der Backup Stick. Dann kann ich einfach sagen, auf das hast du jetzt Zugriff und klicke jetzt einmal auf Übernehmen. So, das war schon der ganze Zauber am Stick und an der Fritzbox. Jetzt kommen wir zum letzten Teil der Einrichtung mit Acronis True Image. Jetzt sind wir im Hauptmenü von Acronis True Image und hier unten klicke ich einmal auf Backup hinzufügen. Ich nenne das jetzt mal Fritzbox Backup und ich wähle jetzt bei der Quelle Dateien und Ordner, einfach dass es ein bisschen schneller geht. Ist ein bisschen schöner zu zeigen jetzt in dem Video. Was ihr da auswählt, das überlasse ich euch natürlich. Gehe ich mal auf OK. Sind jetzt nämlich nur 1,6 GB ausgewählt. Es muss ja immer alles über das Netzwerk laufen. Wir gehen hier auf die Acronis Cloud. Da wollen wir ja nicht hin, sondern wir wollen hier auf die Fritzbox. Die hat er auch tatsächlich schon erkannt. Da klicke ich mal drauf. Und Benutzernamen und Passwort müsste jetzt der sein, den wir angelegt haben. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Ich klicke einmal auf Verbindung testen. Es klappt anscheinend. Okay. Gehen wir auf Verbinden. Und hier ist halt ein Ordner Fritznaas und Backup. Backup ist halt der Stick. Den wähle ich jetzt aus und gehe auf OK. Und da hat er mir auch den Speicher angezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Umrechnungsfehler war. Von was glaube ich ein bisschen weniger. Aber wir sagen jetzt einfach mal Backup jetzt. Im Taskmanager kann ich jetzt wunderschön beobachten, wie die Daten über die Netzwerkleitung geschleust werden. Und jetzt auf die Fritzbox kommen. So, Backup ist abgeschlossen. Ich mache mal den Windows Explorer auf. Hier oben gebe ich mit dem doppelten Backslash die IP-Adresse unserer Fritzbox ein. Gehe dann auch mit fritz.box bei euch. Und hier werde ich jetzt wieder nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Nehme ich wieder den, den wir vorhin hatten. Und dann müsste ich auch wieder Zugriff auf den USB-Stick bekommen. Ja, passt. Und hier habe ich jetzt auch das Full Backup mit den 1,6 GB liegen. Ich könnte jetzt genauso den USB-Stick abziehen, in den PC stecken und dann das Recovery anfangen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar, was euch an dem Video nicht gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.